Ich bin Martin Schulte-Wissmann und ich trete für die Piraten bei der Stadtratswahl im Wahlkreis 2 Neustadt an. Ich bin so froh, dass ich hier an der Schauburg, an der Königsbrücker Straße mit meinem Großplakat endlich stehen kann. Denn hier habe ich schon vor 26 Jahren Demos gemacht. Hier habe ich vor 14 Jahren, 2009, 10 ungefähr 100 Demos angezeigt. Wofür? Immer dafür, dass die Bäume stehen bleiben, dass die Straße schön wird und dass das ein schönes Ortsteilzentrum wird. 2024 ist vielleicht das entscheidendste Jahr für die Königsbrücker, denn die finale Entscheidung wird wahrscheinlich im Herbst fallen. Deswegen sollte man oder kann man, wenn man was für die Königsbrücker tun will, Piraten wählen, egal wo. Und natürlich, wenn man in der Neustadt wohnt, auch mich wählen. Ich stehe aber auch noch für tausend andere Sachen, das steht hier alles auf meinem Wahlplakat drauf. Natürlich ÖPNV, Verkehr, Klimawandel ist mein Ding, aber auch Wohnen, sozialer Wohnraum, Miethaus-Syndikate und so weiter. Und natürlich Kultur, Kunst und gute Bildung für die Kinder, die Kleinsten, aber auch für die Erwachsenen. Alles ist dabei. Ich bin für die Piraten auf dem Wahlzettel. Ich brenne und wir sehen uns in der Wahlkabine. Am 9. Juni Piraten wählen.